Kann man hier zum Beispiel so an den Lackierungen erkennen, wie die Rakete hier nun aussah, aber die sieht jetzt natürlich komplett anders aus, als was man da vorhin aus dieser Halle raus geschoben hat. Das, was auf jeden Fall so bemerkenswert ist bei dieser Geschichte, ist jetzt hier, wo die das jetzt starten, das ist jetzt diese Einblendung. Ja, wie ihr seht hier, ist das hier eine komplett andere Rakete, die sie hier einblenden. Und ich meine, wir haben hier zwei verschiedene Raketen, ergeblich, oder vielmehr, dass es ja total eindeutig ist, die hier eine komplett andere Lackierung hat, als das Ding, was jetzt gerade... Ja. 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 Ja.